Hi! Herzlich willkommen bei MIGA Caravan in Dingesbühl. Vielen Dank fürs Einschalten bei uns auf dem Kanal für das Interesse, was es alles Neues gibt. Heute mal wieder ein wunderschönes Fahrzeug. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein ganz toller Kastenwagen und ich bin überwältigt vor dem Auto. Überwältigt, wie man es halt so sein kann. Ein sehr schöner Ausbau ist ein Knaus Box Drive 680 ME. Geil ist halt auch das Fahrgestell MAN. Also es ist echt toll. Also mir gefällt das Auto. Wir durften das Auto umbauen. Das Fahrzeug hat echt einiges von uns gekriegt. Zum Beispiel Akkus, Wechselrichter, Solaranlage, Ruder, Glisana Toilette und so weiter. Tolle, tolle Geschichten und ich wollte euch mal wieder zeigen, wie wir so einen Umbau hier bei uns umsetzen, wie das bei uns ausschaut und was wir hier alles veranstaltet haben. Und da gehen wir einfach jetzt mal miteinander durch das Fahrzeug durch, um die Dinge mal so ein bisschen zu besprechen. Auf geht's! So, hier möchte ich schon mal bei der Glisana anfangen. Die haben wir hier eingebaut. Ist alles sehr eng, aber trotzdem unheimlich schön. Also wenn wir auch mal das Badezimmer betrachten, ist schon ein tolles Badezimmer. Hier oben haben wir die Nasszelle. Da oben kann man den Duschlauch einhängen. Hier von der Armatur aus ist natürlich eine tolle Sache. Die Glisana passt hier supergut rein. Das einzige, was für uns immer tricky ist, was wir immer ein wenig beachten müssen, ist die Sitzhöhe dementsprechend. Hier hinten haben wir das Display montiert. Natürlich haben wir hinten dran einen tollen Kasten gebaut, also damit es alles schön zu ist. Man muss aber wissen, die Dinger lassen wir extra anfertigen bei der Firma Airtune, damit es schön zu ist, damit man hier natürlich auch Sachen lagern kann, ohne dass man hier an Kabel oder Elektronik kommt. Glisana als solches kennt ihr, muss man nicht viel dazu sagen. Das ist eine Toilette, die sucht seinesgleichen. Ich muss immer sagen, ich bin froh, dass ich sie habe und ich glaube, wir verbauen, ich glaube, in Deutschland mit die meisten Toiletten, weil wir fast täglich mindestens eine Toilette verbauen. Also ich habe schon weit über 200 Toiletten in Fahrzeugen verbaut und immer wieder sammeln wir heute noch auch Erfahrungen, aber da haben wir schon alles durch, von Banktoiletten bis hin zu Malibus und so weiter, Klappbäder. Also da sind wir echt erfahren und schaut immer wieder klasse aus. Das Fachaußen natürlich auch nur ein bisschen nutzbar und Glisana als solches ist für mich, ja, ich bin sehr zufrieden damit und unsere Kunden schätzen diese auch sehr. Dann gehen wir weiter zu unserem Router. Hier haben wir unseren Router verbaut. Campernet ist natürlich noch keine SIM-Karte drin, darum ist das ganze Ding natürlich jetzt auch noch rot. Darüber habe ich schon mal ein separates Video gemacht, muss man gar nicht mehr viel dazu sagen, warum ich das Fahrzeug oder warum ich das so nimm und mache. Campernet ist einfach geil, ist eine tolle Sache, ich liebe es und da schaut einfach das andere Video auch nochmal dazu an. Ist eine tolle Geschichte, funktioniert tadellos und muss ich einfach sagen, ich bin restlos glücklich. Katja hat es auch bei sich im Fahrzeug, toller Empfang, Problemlos, leichte Bedienbarkeit, das ist für mich immer das Wichtigste mit der App. Also alles in allem echt eine richtig tolle, geile Geschichte. So, hier haben wir unsere ganze Elektrik verbaut. Ihr seht, hier wurde vom Kunden genehmigt, dass wir dieses Fach opfern dürfen, weil die Elektrik muss natürlich irgendwo hingebaut werden. Eine Kombi, eine Solaranlage braucht natürlich Platz und muss natürlich dementsprechend alles montiert werden. Wir haben jetzt hier eine schöne Glasplatte, also Kunststoff-Plexiglasplatte eingesetzt. Hier oben haben wir Lüftungsgitter eingesetzt, damit das natürlich alles Luft kriegt da drin. Das ist ganz wesentlich. Von der Funktion her brauchen wir nicht viel erklären. Kombi kennt ihr alle. Natürlich haben wir auch mal so ein Gimmick wie das grüne Licht. Kann man hier ausschalten und hier wieder einschalten, damit das Fach schön beleuchtet ist. Ist natürlich auch eine mega tolle Geschichte. 2000er Kombi mit einer hübschen Solaranlage, zwei Platten. Da kann richtig was runterkommen. Dann gehen wir weiter hier zu unserer ganzen Elektrik. Die haben wir hier verteilt. Ladebooster haben wir noch verbaut. Wir sehen, der Rapid ist gerade aktiv. Hier haben wir unsere ganzen Sicherungen sauber beschriftet, damit wir wissen, Ladebooster, Glissana, was alles was ist, Solarregler, Wechselrichter und so weiter. Also alles sauber beschriftet. Hier haben wir dann noch die ganzen Verteiler dementsprechend verbaut. Dann hat er natürlich auch noch zwei Lithium-Akkus bekommen. Die haben wir dann in dem Fach hier verbaut. Also das ist schon mal ein richtig geiler Einbau. 310 Amperestunden Lithium. Einen LPR 60. Eine Kombi 2000 Watt mit 60 Amper Ladestrom. Eine Solaranlage mit 2 x 130 Wp auf dem Tag. Und dann haben wir noch Alarmanlage, Desinfektion, Wasserdesinfektion auch ganz wichtig und so weiter. Warum ich das Fach jetzt hier mal zeige, sind natürlich auch Kleinigkeiten. Wir haben unsere Verteiler, damit dementsprechend nirgends Kabellitzen rausschauen. Das ist immer ganz wichtig für mich. Hier alles mit Schrumpfschläuchen dementsprechend. Hier darf nichts rausschauen. Überall, dass es schön safe ist, alles schön dicht ist. Wir nehmen auch keine Schraubklemmen oder sonstiges. Wir verpressen alles sauber. Wir ordnen alles sauber ein. Das ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Weil wenn Litzen rausschauen, Litzen verletzt werden oder durch so Klemmschrauben, blende ich euch mal irgendwo ein. So darf das auf keinen Fall ausschauen. Das sind Dinge, wo Übergangswiderstände dementsprechend nicht richtig funktionieren und so weiter. Und das ist halt hier schon ein wunderschöner Einbau. Grundsätzlich ist das Fahrzeug natürlich schick. Hier haben wir einen tollen Frachtraum, weil wir das Bett natürlich nach oben und nach unten schieben können. Somit kommt man ohne Probleme auch von hinten oder von innen jedes Mal wieder hier rein. Das ist auch schön. Also das macht schon richtig Spaß mit dem Auto. Hier haben wir die Desolyt verbaut. Die Desolyt heißt, das ist die Desinfektionseinheit für das Wassersystem, damit man schön rankommt. Das ist auch wichtig, weil man hier natürlich dementsprechend entfrosten müssen. Also wenn es Frost ist, müssen wir die natürlich wieder entwässern, wo man ohne Probleme dann auch hin kann. Hier ist die vorhandene 12-Volt-Verteilung. Hier haben wir die 230-Volt-Verteilung, wo man natürlich zusätzlich noch einen FI reingemacht haben, weil wir verteilen unsere Wechselrichter natürlich immer im Netz eingespeist und verteilen das auf die ganze Steckdosen. FI natürlich zwingend notwendig und so weiter. Also alles in allem ein echt wunderschöner Einbau. Ich finde ihn sehr, sehr gelungen, sehr schick. Schaut wunderbar aus. Kann man sich sehen lassen. Das Fahrzeug ist jetzt richtig autark. So einen Einbau kann man umsetzen. Da hat man natürlich richtig Energie und kann natürlich durch kurze Strecken, auch wenn man fährt, der Booster macht den Akku wieder relativ schnell voll und ziemlich viel Strom generieren durch die Usual-Anlage noch dazu, wo man natürlich schon viele, viele Tage autark sein kann. Das ist natürlich speziell ausgerechnet auf den Kunden, aber schon echt eine geile Nummer. Drin war hier zwei Banner, zwei Banner-Akkus, der Diomedic-Ladegerät und ein 25 Ampere-Schautregler, der uns natürlich nicht wirklich was bringt. Weil, ja, wisst ihr selber, bei 25 Ampere abzüglich Strom, was dann effektiv in die Batterie kommt, ist leider zu wenig. So schaut das Fach jetzt natürlich von der anderen Seite aus, wenn das grüne Licht an ist. Ja, ist natürlich schon ein schöner Hingucker. Gleichzeitig hat man hinten im Heck ein bisschen Beleuchtung. Wenn man da mal ran muss, kann man dementsprechend ablesen. Also alles in allem schon eine wunderschöne Einrichtung, wo man, ja, finde ich, wie heißt es immer so schön? Das Auge ist bekanntlich mit. Technisch muss es natürlich einwandfrei sein und funktionell genauso, was hier definitiv auch komplett gewährleistet ist. Ja, das war wieder ein echt toller Ausbau. Es gibt immer wieder Kleinigkeiten, wo man natürlich darauf gucken müssen, wie funktioniert es mit der intelligenten Lichtmaschine. Auch hier haben wir den Multitaster verbaut, damit wir keinerlei Probleme haben mit der intelligenten Lichtmaschine. Die Stabba-Batterie immer voll ist. Auch dafür sorgt, dass sie immer wieder rückgeladen wird durch die Rapid-Funktion. Gleichzeitig aber auch der Booster seine Tätigkeit sauber übernehmen kann, auch mit der intelligenten Lichtmaschine. Mir immer ganz wichtig, damit die Rückladung funktioniert und die Fahrzeuge einfach safe sind. Weil wenn ich immer länger irgendwo stehe oder das Fahrzeug mal drei Wochen, vier Wochen nutze, kann ich jederzeit ins Auto gehen und losstarten und es funktioniert alles. Ist eine tolle Sache und auch ich würde sowas nie mehr missen wollen. Ist einfach eine ganz tolle Funktion. Zusätzlich hat das Fahrzeug auch noch eine Alarmanlage gekriegt von TITRONIC. Da kann ich euch nicht viel zeigen, weil das ist alles so verbaut, dass man natürlich nicht mehr ran kann. Zusätzlich haben wir hier die Wasserdesinfektion, die habe ich euch schon gezeigt, noch dazu bekommen. Also rundum ein super geiles Paket bei dem Auto in die Autarkie. Gigantisch. Jetzt kann es für den Kunden richtig losgehen. Er ist eigentlich schon auf dem Weg. Ich glaube, in einer Viertelstunde kommt er und holt das Auto auch ab. Ich freue mich darauf, ihm das Fahrzeug präsentieren zu dürfen und ich glaube auch der Kunde wird sich sehr positiv darüber freuen. In dem Sinn sage ich vielen Dank. Gern auch Kommentare von euch, was ihr vor dem Ausbau haltet, wie ihr die Technik seht. Ich über einen Daumen nach oben, natürlich genauso wie über ein Abo von euch. Und wenn ihr ganz verrückt seid, noch die Klingel drücken, dann verpasst ihr keine Videos mehr, die auch immer wieder interessant sind, in die Technik hineingehend, was man alles tun kann, was nicht, wie man was umsetzen kann, Ideen für euch bringt, in die Autarkie zu gehen und was dafür alles notwendig ist. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Micha. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.